Du musst jetzt sofort ein Foto machen. Ich sehe auch noch einen Harni. Ich habe gerade ein Ständchen. Du möchtest keiner, ja? Ja. Das ist schade. Da habe ich mir nicht Platzbüter gewinnen lassen und ich weiß nicht alles. Da waren wir nicht früher da oben. Das ist schon so. Ja. Ja. Servus, was die Karin alles macht. Mexikaner bestützt. Heißluftballon bestützt. Wirklich wahr, gell? Direkt eine Erlebnisklasse. Ja. Du, das ist eine Erlebnisseurige, weißt du? Da ist es, ja. Jetzt kommt auf dich. Grüß dich. Karin, der kommt zu dir hoch. Ach ja. Ja, der kommt zu dir hoch. Bist du mit dem Ballon gekommen? Ja. Ah. Ja. 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 Ja.